Hallo, in diesem Video gebe ich euch Informationen zum Testteil Sozial-Emotionale Kompetenzen beim Aufnahmetest mit AT. Es ist für alle BewerberInnen der finale Testteil und besteht aus drei Aufgabengruppen, für die ihr insgesamt 60 Minuten Zeit habt. In der Aufgabengruppe Emotionen regulieren müsst ihr euer Wissen im Umgang mit negativen Emotionen unter Beweis stellen. Bei Emotionen erkennen ist eure Fähigkeit gefragt, Emotionen korrekt zuzuordnen. In der abschließenden Aufgabengruppe Soziales entscheiden müssen Entscheidungen nach ihrer Wichtigkeit korrekt gereiht werden. Tipp! Details dazu findet ihr auf der offiziellen Lernplattform VMC. Zur Vorbereitung stehen euch allgemeine Infos und Beschreibungen, aber auch Online-Beispiele zur Verfügung.